Um den Körper in die Stabilität zu bringen, also in aufrechten Stand, braucht es ja ganz, ganz viele verschiedene muskuläre Systeme. Ein System, was häufig aus meiner Sicht, aus meinem Erleben nicht so wirklich bedient wird, ist das Zusammenspiel aus dem für die Stellung des Schulterblattes und die Funktion des Atems verantwortlichen Musculus Serratus Anterior und der Muskulatur zwischen den Schulterblättern, den sogenannten Romboideen. Und um das so ein bisschen aufeinander abzustimmen, würde ich dir gerne eine Übung zeigen, die ich ganz häufig erlebe, dass sie im Unterricht gar nicht angesteuert werden kann. Und wenn sie nicht angesteuert werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Unklares Wording von meiner Seite und oder aber auch nicht genügend benutzte Muskulatur. Muskulatur, die wir nicht wirklich benutzen, ist schwer anzusteuern. Aber das Zusammenspiel zwischen hier und hier ist für den Raum, in dem sich der Atem bewegt, für die Funktion des Zwerchfels und den aufrechten Stand ungemein wichtig. Deshalb folgendes. Komm in eine Vierfüßlerstellung und fächer die Hände mal unter dir auf, wie immer mit genügend Kraft in den Boden greifend. Such dir einen Atem, der für dich passt. Einfach mal ruhig, tief ein und aus. Und richte die Aufmerksamkeit, wenn du einatmenst, gerne mal hinten auf den Rücken und versuch deine Einatmungszüge zwischen die Schulterblätter zu bringen. Anders ausgedrückt hinten in den Rücken hinein zu atmen, also den Rücken zu füllen mit der Einatmung. Stell dir vor, dass du die Schulterblätter, wenn du einatmest, auseinander schiebst. Und wenn du ausatmest, die Schulterblätter noch ein bisschen nach außen und vorne von dir wegschiebst, bis du wirklich stabil bist. Dann stell die Fußzehen auf, drück ein bisschen in die Ferse. Appen nochmals ein. Und wenn du jetzt ausatmest, mach dich in den Schultern noch runder. Appen nochmals ein. Löse die Knie vom Boden. Bleib hier und jetzt mach den ganzen Rücken rund. Und zwar unten das Kreuzbein, was du senkst, und oben die Schultern, die nach außen, vorne und unten schieben. Atme wieder richtig vom Gefühl tief in den Rücken hinein ein. Und wenn du ausatmest, zieh die vorderen Rippenbögen unter dem Brustbein ein bisschen nach innen. Und jetzt lass die Schultern vorne rund. Lass sie rund. Die ganze Zeit. Wenn du aber einatmest, ziehst du das Schambein zurück, machst ein Hohlkreuz. Atmest wieder aus und machst dich überall rund. Schultern werden noch runder. Schultern bleiben rund. Einatmen. Nur das Schambein wieder zurück. Schultern bleiben rund und kraftvoll. Aus wieder überall rund. Und noch einmal einatmen. Und jetzt bleib in den Schultern rund unten hohl. Fühl, ob das für dich gewohnt ist. Und dann schiebe in den abwärtsschauenden Hund, wenn du ausatmest. Bleib einen kleinen Moment hier. Und wenn du das nächste Mal einatmest, fließe in der Planke nach vorne und mach die Schultern hier genauso rund. Dein Becken sinkt, dein Schambein hebt Richtung Brustbein. Und die Schulterblätter schieben wieder auseinander von dir weg. Und wenn dir so ein bisschen rund bist und es komisch aussieht, dann ist es aber genau die Stabilität, die es braucht. Wenn du merkst, dass du auf die Art und Weise nicht gewohnt bist zu arbeiten, dann wiederhol die Übungen, bis sie dir keine Freude mehr macht. Vereinfacht lässt sich sagen, die Übungen, die uns nicht so leicht fallen, sind ganz häufig die, die wir machen sollten. Übungen, die wir nicht machen können, gehen entweder nicht, weil uns irgendwas von der Flexibilität hindert, weil wir sie nicht ansteuern können, vielleicht das Bewegungsmuster nicht gelernt haben und oder, hängt oft damit zusammen, die Kraft nicht ausreicht. Und Kräfte sind im Körper immer balanciert miteinander, heben sich gegenseitig auf, regulieren sich gegenseitig und sorgen dafür, dass es uns möglichst lange gut geht. Viel Freude beim Hausprobieren.